Heino, dieser Wunsch blieb unerfüllt, er wollte Hannelore, ein zweites Mal heiraten. Heinos große Liebe Hannelore ist mit 81 Jahren gestorben. Ein großer Wunsch des Paares bleibt unerfüllt. Heino wollte seiner Hannelore ein zweites Mal heiraten. Heino, 84, hat in seiner dritten Ehefrau Hannelore, 81, sein großes Glück gefunden. 1979 gaben die beiden sich das Ja-Wort und lebten bis zu Hannelores Tod glücklich zusammen. Immer wieder schwärmte Heino von seiner Frau, sie ist die Liebe meines Lebens. Eine Hochzeit hat dem Sänger deshalb wohl nicht ausgereicht. 2021 berichtete er im Interview mit Das Neue Blatt von seinem großen Wunsch, Hannelore ein zweites Mal das Ja-Wort zu geben. Ich würde Hannelore sehr gerne nochmal in Weiß heiraten.Wird Heino Hannelores Tod verkraften? Nun ist Hannelore im Alter von 81 Jahren verstorben. Laut Bildinformationen sei sie im gemeinsamen Haus in Kitzbühel, Österreich gestorben, ohne Heino, der es nicht mehr rechtzeitig nach Hause geschafft haben soll. Der 84-Jährige musste schon so einige Schicksalsschläge verkraften. So hat sich vor mehreren Jahren seine Tochter Petra das Leben genommen. Dass er nun seine Frau nach über 40 gemeinsamen Jahren gehen lassen musste, dürfte ihn jedoch besonders hart treffen. Zuvor erklärte ein Insider bereits Doppelpunkt, Punkt natürlich haben sie beide für einen Todesvoll alles geregelt. Aber Heino hat den Gedanken immer verdrängt, dass Hannelore nicht mehr in seinem Leben sein könnte. Es wird irre schwer für ihn werden, damit zurecht zu kommen. Ich und viele andere sind in großer Sorge. Wir wünschen Heino und allen anderen Hinterbliebenen viel Kraft in dieser schweren Zeit. Hannelore ist tot, Ehefrau von Heino stirbt plötzlich in Herztod. Viele Krankheiten können dazu führen. Laut der Deutschen Herzstiftung sterben jährlich etwa 65.000 Menschen an plötzlichem Herztod. Eine Vielzahl von Krankheiten kann dazu führen, dass der Herzmuskel das Blut unkoordiniert pumpt. Die Konsequenz, das lebensnotwendige Organ zittert oder flattert, und das Blut wird nicht mehr durch den Körper befördert. Es kommt zum Kammerflimmern und führt innerhalb weniger Sekunden zum Kreislaufkollaps, teilte die Stiftung mit. Eine rasche Behandlung der Betroffenen ist dann von entscheidender Bedeutung. Laut dem Deutschen Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung, DZHK, verringert sich die Überlebensrate pro Minute um etwa 10%. Eine Möglichkeit besteht nur, wenn bis zum Eintreffen der Rettungsdienste Wiederbelebungsmaßnahmen, Herzmassage, Mund-zu-Mund-Beatmung, durchgeführt werden. Wenn ein Defibrillator verfügbar ist, sollte dieser ebenfalls verwendet werden. Diese Geräte geben elektrische Impulse ab, die das Herz wieder in seinen normalen Rhythmus zurückbringen können, betonte das Forschungszentrum.